Sarudrano Sarudrano ist ein kleines Fischerdorf der Weso am Kanal von Mozambique im Südwesten von Madagaskar. Mario steht schon früh auf, um Feuerholz zum Kochen zu holen. Er muss immer weiterlaufen, um welches zu finden. Sarudrano Sarudrano In Sarudrano haben die Dorfbewohner schon alles abgeholzt, um Brennholz daraus zu machen. Seinen Weg säumen die Dornengewächse, die typisch sind für den trockenen, unfruchtbaren Südwesten Madagaskars. Sarudrano 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 Die Sonne brennt bereits unwarmherzig vom Himmel, als Mario endlich wieder zu Hause ist. Sarujano bedeutet, da wo es schwierig ist, Wasser zu finden. Wo keine Bäume wachsen, fällt wenig Regen. Wenn der Brunnen versiegt, muss man sehr tief graben, bis man auf Süßwasser stößt. Auf dem Grund der Sanddüne ist das Wasser verunreinigt. Oft werden die Leute von Sarujano krank, wenn sie es trinken. Sie können sich nicht beschleunen, dass der Brunnen gesagt wird. Ab wann ich den Brunnen versiegt, will ich irgendwie schlaufe ein? Dassst nicht mehr penetration ist, dass ich andere Schatten bin. Ich muss nur noch mit einem Schatten aufschrauben. Meine Herren, Sie können mich nicht schlaufe an. Ich mache mich nicht. Ich mache mich nicht. Ich unterstütze mich nicht. Ich kann mich nicht schlaufe. Ich bin fürDu att der Brunnen aus dem Land. Und meine Frau, ich habe schon gesagt, ich bin ich meine Mama Jungs. Ich bin ich mein Papa. Ich bin ich mir dabei, auf jedes Mal. Ich bin ich mir dabei. Nichts sind es, die Menschen nicht mehr, die Menschen leiden. Sie müssen immer zu hören, sich die Menschen nicht mehr so gern und wie sie nicht mehr oder wie schon immer die Menschen, die Menschen nicht mehr. Guck mal, was wir nicht mehr За bilden? Die Menschen nicht mehr die Joseph und Nele nicht mehr. Sie ist nicht mehr. Es ist ein großes glatt, dann auch von den 50ern. Ich frage die Sitzenden und Foto. Die Menschen werden daraufhin angewendet. Aber sie werden die Spiele hierherrumpen. Es wird nicht so gut, aber es geht auch gleich. Ichrierschefung ist es nicht so gut, sondern wir haben uns damit zu verstehen. Geheben und Gehirn und Gehirn genießen. Unserer ist die Familie, die durch die Handlung abzuhren, die wir hier aufbauen können. Um zu Hause ist, wo wir eine Marke haben – wir haben. Wir haben eine Marke. Die Leute haben sich mal wieder aufbauen. Wir haben hier eine Marke, die wir haben. Wir haben sich ein paar Mal wieder an. Nach der Schule gehen Mario und Fabio oft an den Strand, um ein wenig mit den Fischern zu plaudern. Die Vesu sind hervorragende Seeleute. Sie leben hauptsächlich vom Fischfang. Sie wollen sie nicht ausbringen. Sie wollen sie nicht ausbringen und haben Sie zu fl tienen. Ich habe immer zu tun, dass sie das nicht ausbringen wollen. Ich habe immer mehr Dreiheit, sondern ich habe kein Zeh. Ich habe immer mehr Dreiheit, die ich nicht ausbekommen hatte, aber dann schlafen es. Diese Rechnung der Grunde und ich werde hier auch einfach mehr Dreiheit führen. Ich habe immer noch einen Rehnung. Untertitelung des ZDF, 2020 St. Augustin liegt in der Bucht nebenan. Mario und Fabio machen sich auf den Weg, um sich diesen geheimnisvollen Solarkocher anzuschauen, von dem ihnen ihr Lehrer, Monsieur Julien, erzählt hat. Nach St. Augustin kommen viele Touristen. Das Korallenriff vor diesem Ort umgibt eines der größten natürlichen Aquarien der Welt. Aber die Natur an Land und im Wasser hat bereits stark gelitten. Die Erde im Landesinnern wird durch die massive Erosion zu unfruchtbarem Sand. Der Fluss Unilai trägt Unmengen von diesem Sand zum Meer und lagert ihn dort ab. Dadurch sterben die Korallen. Unterwegs treffen Mario und Fabio Monsieur Jean. Er kennt eine gewisse Madame Fansa, die einen Solarkocher besitzt. Sollte ich mich selbst für mich auf meinem Herzen sofort he我的 erheben. Aber ich habe es. Sollte ich mir in der Schule? Sollte ich mich selbst, was mir hierher. Das war's! Sollte ich mich sehr gut zum 언제 gewissene Ohrman! Ich weiß, dass sie nicht mehr als Vater, warum ich mich selbst betrachten will. Aber ich habe die Vorbereitungen und mir immer die Geschichte von Fatima zu haben. Ich habe mich sehr gut gemacht. Und wie Herr Jonas eigentlich wieder! Ich habe hier die Vorbereitschaft, dass ich mich selbst betrachten will! Ich habe hier hier solche Ideen geügt. Ich habe hier einen Menschen, warum ich in dieser Welt sein würde. Ich habe viele Sachen mit mir geflogen. Ich habe die Arbeit für eine Arbeit. Ich habe immer noch einen Aufmerksamkeit. Ich habe die Arbeit hier mit Hormans geflogen. Ich habe immer noch eine Art und Weise. Ich habe die Arbeit von Hormans geflogen. Ich habe die Arbeit hier in der Arbeit. Damit diesen bauten hinzufügen. Wenn ihr die Flüssigkeiten mit dem eine kleine Bühnen schluft die Arbeit. Wenn ihr da seid, dann ist zu weit weg. Dann macht ihr wieder Das ist alles gut. Wenn ihr das hier seid, dann geht es nicht. Wie geht das hier? Das ist gut. Wenn du das hier bist, dann geht es gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich liebe dich, was du? Ja, du hast was, da ist es nicht. Wir haben dich nicht gehört. Wir sind nicht mehr, weil du nicht mehr so einfach was. Es gibt auch keinen Karten, weil du nicht mehr so einfach hast. Du bist nicht mehr, wie du hast du? Du bist nicht mehr? Ja, du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr, du bist nicht mehr. Wir haben dich nicht mehr, Ich weiß nicht, dass ich nicht so gut bin. Ich bin nicht so gut. 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 Das ist so gut. Marios Mutter erzählt die große Neuigkeit gleich ihren Nachbarinnen. Das ist so gut. Ich habe einen dívelgen und kann sie mir inacxiert. Ich wollte die Flüchtlinge, die ihnen zu tun haben. Ich wollte eine Flüchtlinge, die ihnen zu geben. Diese Flüchtlinge – die Flüchtlinge zu tun haben. Ich möchte ein Blaschen und schloten. Ich wollte es mit einem Blaschen nichtamb warum! Ich war mit einem Blaschen nicht so gut. Ich hatte einen Blaschen, auf dem Blaschen, wenn ich ein Blaschen nicht kieb erhebete. Ich wollte ein Blaschen weg. Ich wollte es mit Blaschen nicht mal. Die älteren Vorlieferungen sind damit gelangt worden. Ich hab' dich auf die Hand kommen. Es gibt einen großen Mann, ich habe ihn nicht auf den K Wassern bekommen. Ich hab' keine Hand mehr. Geh' dich auf den Kanzler, ihm zu schlafen. Ich mache das Court. Er ist ja nicht auf dem Kanzler. Gute momentan. Es gibt keinen Kanzler, der wächst auf den Kanzler. Einige Tage später sehen die Kinder ein Auto am Horizont. Es ist mit seltsamen Geräten beladen, die sie nie zuvor gesehen haben. Es sind die Ades-Leute aus Tuliar. Madame Fansa hat sie gebeten, nach Sarujano zu kommen und den Leuten dort zu zeigen, wie man der Sonne kocht. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie hat das Besonderstunde, die Untertitelung des ZDF, 2020 Sie hat das Besonderstunde, die Tauren in die Rache und die Branden aufzumachen. Sie hat das Besonderstunde, die Gitarre von ZDF-WOF-Z sag ich ich ein die 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 Und Sie zachen. Beleum. Wenn Sie uns die Worte geben, dann sind Sie die Zeit. Ich will nicht nur die Gewalt. Wenn ich die Worte bingeln, warte oder auf die Worte. Ich will nicht die Zeit, will ich die Worte? Aber ich will oft die Worte aber nicht mehr wissen. Ich habe den Worte, der hier schon Elise recutiert. Ich will auch nicht mehr." Die Angele, die wir nicht genießen, die ich nicht genießen. Die Angele, die ich nicht genießen, die ich nicht in den Augenzeige habe. Wenn sie nicht genießen, was sie? Sie haben mir nicht genießen, einfach so gut. Ja, die Angele, die wir nicht genießen, die wir nicht genießen. Vielleicht ist das eine Angelektur? Wir bekommen ein paar Jahre. Sie haben uns einen Geheimen in die Kürze. Sie haben uns einen Geheimen in der Arbeit, und die sich umbelangt. Sie haben uns einen Geheimen. Sie haben uns einen Geheimen. Die Verkaufel haben wir uns nicht gewonnen. Aber wir können uns nicht mehr übernehmen, und die Kürze nehmen uns zu können. Wir haben uns ein Geheimen und wir können uns wiederholen. Nachdem sie alle die leckeren Sachen gegessen haben, die die ADES-Leute mit den Solarkochern für sie gekocht haben, glauben sie endlich auch, dass man mit der Sonne kochen kann. Ab jetzt müssen die Leute von Sarojano nicht mehr stundenlang laufen, um ein bisschen Feuerholz zum Kochen zu suchen. Dank Mario und Fabio und den Solarkochern von ADES. Untertitelung des ZDF für funk, 2017